Wir wurden zum Illigella-Content-Creator Schwitzer Cup eingeladen, treten damit unsere Road to Glory an. Und die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, können wir den Illigella Cup zum dritten Mal gewinnen? Wir waren, glaube ich, vier oder fünf Mal dabei, konnten zweimal bislang gewinnen. Mal gucken, ob ich meinen Titel verteidigen kann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben, da 400, 500 ist so der Kanal-Durchschnitt. Würde mich sehr freuen, wenn wir das erreichen. Und wenn du neu bist, kannst du auch sehr, sehr gerne abonnieren. Viel Spaß mit den Highlights. Ich hoffe nicht, dass meine Nervosität mir ein Bein stellt. Das passiert immer. Immer, wenn ich ein Turnier spiele, erstes Spiel verkacke ich immer, weil ich so nervös bin. Ich spiele im ersten Spiel gegen Payne und dann spiele ich, glaube ich, gegen Nassim. Sei nicht so aufgeregt. Ja, ich versuche, mich runterzuholen. So, die ersten Pässe entscheiden, wie wir in das Spiel reinkommen. Wenn ich direkt am Anfang Umfug mache und direkt Fehlpässe und so einen Scheiß mache, dann komme ich auch schlecht rein. Erstmal Sicherheit. Keine Ahnung, ob man Leitspieler spielen kann. Ich spiele sonst nie Leitspieler. Wir spielen ganz sauber, Freunde. Wir werden komplett auf Bugs verzichten, so wie immer. Keine L2-Shots, keine Bug-Bene-Schüsse, keine Bug-Bene-Flanken. Keine Furki-Flanken. Wir spielen einfach. Mal gucken. In Cola wie Trust. Okay, 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 okay. So, jetzt geht's los. Oh ja, okay. Ah! Oh mein Gott! Mach ihn doch rein! Come on, Ginola! Mach ihn doch rein, Mann! Schade, 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 schade. Ah! Sein Tor hat mich verlengt, schade. Schade, 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 schade. Cola ist da, Junge. Cola ist da. Oh mein Gott, bitte! Mach ihn doch jetzt mal rein. Come on! Oh, Cola! Let's go! King Cola macht! Oh, nö. Es tut mir leid, Mann. Das tut mir leid. Das tut mir ehrlich leid. Das tut mir leid. Oh, schön mit zwei Pässen überbrückt. Ja, der ist drin. Oh, wenn ich den nicht grün treffe, geht er nicht rein. Stark, stark, stark. Okay, ich glaube, jetzt hat er aufgemacht. Jetzt hat er aufgemacht. Von Schur noch weggelegt, oder? Was machen wir da jetzt? Schieße ich weiter Torte, oder? Das ist ja mehr oder weniger Wettbewerbsverzerrung, wenn ich dann jetzt mehr Torte habe, oder? Also, weil, wenn er zum Beispiel bei den anderen Leuten nicht wegliegt, dann habe ich ja einen Vorteil, sozusagen. Soll ich auch weglegen? Oder soll ich weiterspringen? Ich weiß es nicht. Ist das halt dann fair gegen die anderen in der Gruppe? Ich weiß nicht. Nee, ich mache nicht weiter. Nee, weil dann habe ich mehr Tore, Freunde, wegen... Dann habe ich viel mehr Tore wegen Torverhältnissen. Und das ist ja vielleicht dann am Ende dann nicht fair. Ja, die ersten drei Punkte sind sehr wichtig, ja. Geht mal hier rüber zu Payne und haut mal ein dickes GG in den Chat. Okay, ich muss als nächstes gegen Amare spielen, Freunde. Konzentration. Jetzt wird nicht mehr gelacht. Oh, schade. Let's go! Let's go! Oh mein Gott! Mach ihn rein! Nein! Nein! Ein Tor! Oh! Oh! Oh, schön gemacht! Schönes Ding! Da bin ich mit Van Dijk nicht mehr hinterher gekommen. Bam! Bam! Rein damit! Huh! Wirklich! Glück gehabt, dass wir den Grün getroffen haben. Ja, schieß doch! Wieso schießt er nicht? Wieso schießt er nicht? Oh Mann! Wieso schießt er nicht? Ja, jetzt ist durch. Jetzt ist durch. Das gebe ich nicht mehr her. GG's an Amar. Also geht rüber zu Amar und alle malen GG's im Chat. Konzentration jetzt. Dann hast du ein bisschen Superspieler. Boah! Oh, schade! Oh, aus dem Winkel gehen sie immer meistens rein. Deshalb habe ich es versucht. Oh nein! Oh Gott! Ich bin ein Elfmeter-Killer. Was soll ich machen? Yes! Mit dem Linken! Rein damit! Schöner direkter Elastico. Bam! Schön gemacht! Let's go, Baby! Let's go! GG's an Nassim. Das wird jetzt richtig hart. Browns ist wirklich mega gut. Oh ja. Oh ja, lecker. Nein, mach ihn doch rein. Come on. Schade, Ginula. Boom! Let's go! Let's go! Kohle ist da. Kohle ist da. Kohle ist da. Oh, schieß! Oh, was machst du? Schön gemacht. Schöner Treffer. Stark. Schade, 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 schade. Ich hatte viele Möglichkeiten. Die muss ich nutzen, ne? Yes! Wichtig, dass wir da gewartet haben. Wichtig! Konzentration. Oh, Glück gehabt. Boah, hat er da schön gespielt. Yes! Da ist er! Let's go! Wichtig! Ganz wichtig! Kohle. Schön gespielt. Yes! Das war eine geile Kombo. Das war eine geile Kombo. Wichtiger Sieg. Es dauert, glaube ich, zwei Spiele, ne? Back to back. Ja, also, Perisic und Pentancourt sind wirklich mega. So, nicht unterschätzen. Er ist ein richtig guter Gegner. 4-1 ist ein gutes Ergebnis, aber wir müssen fokussiert weiter dranbleiben. Weil er hat jetzt nichts mehr zu verlieren. Er wird jetzt alles nach vorne schmeißen. Er ist ein Außenverteidiger, Stürmer. Ach, come on! Ja, das war blöd. Das war blöd. Früher Treffer für ihn. Sehr wichtig, ne? Yes! Let's go! Wichtig! Aber so gut wie der Typ ist, selten in den Viertel gesehen. Der Einzige, der vielleicht noch mal einen Tick besser ist. Ach, GG's. Das ist Lucio. Jetzt hat er halt aufgemacht, ne? Gebt mal alle rüber zu Pro und lasst ihm mal GG's im Chat da, Freunde. Boah, das wird jetzt auch noch mal eine harte Nuss. Boah, war wie ein Angstgegner von mir. Oh ja. Hö! 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 Yes! Let's go! Let's go! Durch die Fünferkette. Schönes Ding. Gut gehalten, gut gehalten, gut gehalten. Komm, 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 komm. Yes! Let's go! Mach ihn grün! Mach ihn grün! Ja. Komm ich nicht hin zu R9. Komm ich nicht hin. Schön gemacht. Yes! 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 Bisschen lucky. Bisschen lucky. Aber gehört dazu. Weiter, 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 weiter. Yes! Da ist er! Abseits? Ist kein Abseits. Let's go! Yes! 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 Bam! Rein damit. Let's go! Schönes Ding. GG's. Hat sehr viel Spaß gemacht. GG's an Fabienne. Geht mal alle rüber zu Fabienne und lasst mal einen GG's im Chat da. Für sie. Hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. 500 Euro haben wir schon mal sicher, oder? Es geht um 2K. Oh ja. Yes! Let's go! Let's go! Schönes Ding. Let's go! Weiter, 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 weiter. Oh! Schade. Schön gespielt. Schön gespielt. Nein! Oh, lucky. Oh mein Gott! Bitte mach ihn rein! Lang auf jeden Fall weh! Schade. Yes! Let's go! Let's go! Keine Abseits. Oh, schade! Schön gemacht. Abseits Falle verkackt. Ey, so geiles Spiel, wirklich. So ein geiles Spiel. Mega, mega, mega viel Respekt an Tim. Macht so Spaß. Nein, nein. Oh, das ist... Oh, das ist unglücklich. Ja, das ist unglücklich. Let's go! Let's go! Let's go! Komm! Konzentration! Ah, yes! Yes! Let's go! Let's go! Oh, wow. Komm! Weiter! 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 Yes! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Das ist das dritte Mal. Dreimaliger Illegener-Kampf-Champion. GG's in den Chat, Freunde. GG's in den Chat. Gebt mal alle bitte rüber zu Tim. Lasst mal ein dickes GG's bei Tim da. Er hat wirklich mega, mega gut gespielt. Also phasenweise war er sogar mit der Nase am Spitze vorne. Gut, am Ende macht er halt auf, ne? Mega, mega, mega geil. Ich freue mich mega. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir konnten uns im Finale gegen Tim Latka durchsetzen. Haben somit unsere ersten Earnings in FIFA 23. Und ich bin einfach froh, Freunde. Ja, was soll ich sagen? Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Tschüss, tschüss.